So, willkommen zurück. Nächste Folge, Final Fantasy 3... 4, Entschuldigung. Kehret um! Diese Stimme, der Beschwörbare. Potion, sehr schön. Gefolge aus Baron. Du weißt, wer wir sind? Kehret um! Und kein Leid soll euch zugefügt werden. Zeig dich! Ich schlage meine Warnung in den Wind. Ja. Wir müssen diesen Ring zum Dorf des Nebels bringen. Wie ihr wünscht. Der Nebel sammelt sich? Ich jetzt dann erstmal nochmal heilen. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, dann packen wir gleich mal die Dicken aus. Ich hoffe, der ist jetzt nicht ganz so schwer. Wie kriege ich denn Schaden? Bin ich jetzt mal gespannt. Warum greifst du nicht an? Mit Schwarzkunst? Okay. Ah, das ist der Angriff, ne? Ach, jetzt ist er gerade neblig. Dann ist es ja ganz gut, dass ich eine Potion nehme. Kann ich wahrscheinlich gar nicht angreifen, oder? Ach, Schwarzkunst ist ein Stance. Jetzt verstehe ich das. Dann mache ich mehr Schaden, kriege aber auch mehr. Naja, klar, daneben. Oh, du großer Gott. Den Egel anzugreifen bringt nichts. Alles klar, verstanden. Kann nichts machen gerade. Erst zuschlagen, wenn er wieder Gestalt annimmt. Ja, ist okay. Kann ich dann heilen bei uns, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, wie provoziert die nur. Ja, ich hab's gemerkt. Erst zu schlank, wenn er wieder Gestalt annimmt. Ja, ist ja gut. Der war aber schon im Sprung. Oh, ist ja schon wieder scheiße. Ich werde jetzt schon direkt erst nochmal sterben, wahrscheinlich. Heil raus. Ist das heftig hier schon. Gleich am Anfang. Naja, man muss jetzt mal mit der Spielmechanik klarkommen. Dann machen wir einen normalen Angriff, weil wenn ich jetzt hochspringe und er geht wieder weg, dann provoziere ich ihn ja nur. Nehmen Sie doch die rechts, danke. Danke. Kritisch, 48. Wieder den Nebel aufgelöst, okay. Gut, dann kann der Antrester Kayn auch nochmal ein Dings nehmen jetzt hier. Umrüsten kann ich während dem Kampf jetzt, okay. Ja, jetzt schon taktisch hier. Der erste Zwischenboss wahrscheinlich. Na, jetzt kommt er natürlich zurück. Wie soll ich es wissen? Ja, gut. Wenn man es ein bisschen kennt, ist das immer ganz so schwer. Aber vielleicht, außer er hat noch eine Ulti-Attacke. Das weiß ich natürlich nicht, ne? Oh, freue ich mich, wenn ich eine Heilerin dabei habe, endlich. Yes. Okay. Oh, er versinkt den Boden. Das ist ja schön. Tod ist er. Yes. Und ein Stufenaufstieg. Super. Ja, weiter. Habe ich die Höhle jetzt komplett erforscht? Kann ich mir das irgendwo angucken? Wo sehe ich das denn, dass ich da... Ich sehe das gar nicht. Die haben keine Energie, okay. Gut. Jetzt bin ich aber irgendwo anders. Erstschlag. Alles klar. Sehr nett. Das heißt, erst wenn ich geschlagen habe, geht bei denen das hoch, wahrscheinlich, ne? Das sieht man natürlich nicht. Okay. Gut. Die können schon mal nix. Ja, der Sound ist der gleiche wie bei Final Fantasy 3. Die, 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 die. Gut. Wo muss ich hin? Hier. Alter, war ja klar. Der König, ne? Da hat er mich mal wieder schön reingelegt. Was ein Arschbärts. Oh mein Gott. Er hat mir gedacht, dass diese Stadt gebeten ist. Aber warum? Warum? Adrian! Mann! Dann haben wir den Dragen, die wir verletzten, war ihre Mutter? Du, du bist diejenigen, die den Dragen zu töten? Entschuldigung, wir haben keine Idee, was das mit deinem Mutter passiert. Ihre Majestät hat uns geholfen, um alle von diesen Leuten zu eliminieren. Nein! Du bist sicher, wir brauchen die Frau auch zu töten. Kain! Es ist sie oder wir, Cecil. Sie ist ein Kind! Du schuldigst du den König? Schuldigst du ihn? Ein Mann, der wünscht für das ist kein König von mir. Ich dachte, du sagst das. Dann... Ich habe seine Majestät viel, aber nicht so viel, dass ich den Namen der Dragen. Dann bist du mit mir. Der Barren ist die größte in der Welt. Der Dragen bedeutet nichts, wenn wir allein bleiben. Wir müssen mit anderen Nationen, mit dem wir gesehen haben. Und Rosa, sie muss mit dem Dragen. Und sie wird. Danke. Danke. Ich mache das nicht für dich. Huh? Schnell, wir müssen hier nicht liegen. Was für die Frau? Wir nehmen sie mit uns. Komm! Es ist nicht安全 hier. Geh meine Hand. Nein! Wir haben keine Zeit. Use die Kraft, wenn du musst. Geh weg! Warte! Lass mich allein! Ich hasse dich! Ah... Mädchen! Echt jetzt? Oh Gott! Lass mich in Ruhe! Oh Gott! Lass mich in Ruhe! Gott, was jetzt denn los ist? Lass mich in Ruhe! Oh Gott! Guck mal! Was hat das Spiel hier gereinigt? Was sind da los? Was sind da los? Guck mal! Ein riesen Krater hat er das Ding da gemacht! Gajas Zorn! Okay! Okay, das Mädchen ist aber auch... Das hat damit anscheinend wirklich nichts zu tun. Uh! Oder eher... Uh! So wie die ja sprechen hier! Uh! Dem Himmel sei Dank, sie lebt! Moment! Cain? Cain! Cain! Ich kann nicht länger hier länger... Ich kann hier nicht länger bleiben! Ich muss das Mädchen von hier wegschaffen! Vergib mir Cain! Ja gut! Der kommt ja selbst klar! Joa! Dann wieder zurück, ne? Wo bin ich denn eigentlich auf der World Map jetzt? Okay! Kann ich mich irgendwie teleportieren? Nein! Okay! Eigentlich würde ich gern zurück! Mal gucken! Okay! Was ist das denn? Sandwurm! 100 Prozent Präzision! Ich treffe sie zumindest das schonmal gut! Oh Oh! Die sind schon ein bisschen fieser jetzt hier, ne? Ja, ich nehme dann nachher eine Portion Set. Jetzt stirbt er aber, oder? Immer noch nicht. Allmächtiger. Boah. Ich muss das jetzt durchziehen. Boah, jetzt muss ich eine Portion nehmen. Oh, die Gruppe wurde ausgelöscht. Ich habe natürlich, ich hoffe... Mal gucken, wo es jetzt weiter geht hier. Okay, wir sind allein. Gut. Das heißt, wir speichern jetzt hier mal. Dann haben wir jetzt zum Glück... Haben wir jetzt zum Glück nichts, äh... Falsch gemacht. Ich wollte jetzt aber nochmal hier umgucken. Kann doch eigentlich gar nicht sein. Nee, geht's nicht weiter. Das... Ach, wir sind jetzt hier auf der rechten Seite, ne? Oh, hab schon wieder keinen... links genommen. Scheiße. Verrückt. So ein Sandwurm, was der aushält, ist ja Wahnsinn. Das ist ja echt Wahnsinn. Finde jetzt ein bisschen krass hier. Das ist aber bei Final Fantasy nicht so stark und so hart am Anfang, muss man sagen. So, jetzt direkt mal mit Potions vollpumpen, hier, bevor hier was passiert. Oh, ist das Sandwurm. Fällt die Zeit an, ne? War das irgendwas? So. Doch, nur, wo soll ich hin? Zurück komme ich hier nicht. Weiß ich gehe mal hier runter. Ich hoffe, dass kein Sandwurm kommt. Na gut. Gibt konstant Schaden für mich, aber... Ich hab ja noch keinen Mehrfachangriff. Kann ich eigentlich wieder alle irgendwie angreifen? Geht das? Kann ich mal probieren. Nein, geht nicht. Das geht nicht. Ah, dieser dynamische Kampf, das gefällt mir ganz gut, eigentlich. Da muss ich ein bisschen schneller reagieren. Ist ein bisschen mehr Action drin, als bei den normalen Kämpfen. Ah, ich bin vor dir dran. Wieder Zelt gefunden. Das ist nett. Das ist natürlich, nein. Oh, Jesus. Erstschlag hab ich. Die Präzision ist schon mal bei allen vorhanden. Das ist gut. Die sind auch gleich zu hoch. Das ist auch gut. Ich hoffe, die machen nix Böses. Wüsten-Sahagin. Dieser Wurm hat auch nur ganz normal zugeschlagen, ne? Echt schön, wenn man schnell reagiert, kann man da echt... Da ist man früher dran, als die anderen, ne? Und ein Gegengift. Und ein Stufenaufstieg. Sehr schön. Cain ist jetzt natürlich wieder ein bisschen hinten dran. So, ich hab keine Ahnung, wo es hingehen soll. Oh, Angriff von hinten. Wie fies. Erstmal 40 Schaden reingedrückt bekommen. Das heißt, warum steh jetzt hinten? Ich mach weniger Damage, ne? Ja, mir trotzdem reichen. Dann brauch ich ja wieder Potions. Oder mal ein Zelt halt. Weil ich sie ja nicht verwenden will, eigentlich. Ja, eigentlich soll ich ein Zelt nutzen, ne? Wenn ich nach dem Kampf, weil die kann ich im Zelt, im Zelt, im Kampf bestimmt nicht nutzen. Na, dann nehm ich jetzt mal ein Zelt. Ist das noch ein schöner Anime jetzt? Ach ja, wie schön. Jetzt haben wir wieder Full-HP, oder? Okay, es gibt noch nichts. Dann gehen wir einfach weiter. Ich weiß nur nicht, wohin. Ich hab keine Ahnung, wohin. Ich muss die halt schon hier wegbringen. Das ist das Einzige, was ich weiß. Also, die können gar nichts, ja. Das Schlimmste war eigentlich der Sandwurm. Der war echt heftig. Ich hoffe, dass so einer nicht kommt. Das ist wahrscheinlich hier so dieser... Gibt's doch immer so in jeder Region so einen Gegner, der ganz selten kommt. Aber wer da kommt, ist halt heftig. Boah. Ja, sehr gut. Ich hab schon gedrückt. Ich bin dran. Ja. Was zu sagen hier? Kontinuierlicher Kampf hier. Kontinuierliches Damage, den man bekommt. Die Ressourcen werden weniger. Das heißt, ich muss demnächst mal irgendwie finden, wo es hier weitergeht. Sonst wird's eng. Aber gibt hier alles XP. Also ist jetzt nicht so. Potion haben wir auch bekommen. Das ist nett. Boah. Da kommt aber recht oft hier, der Kämpfe. Ja, wir machen schon ein bisschen mehr Schaden als vorhin. Das ist ganz nett. Schwarzkunst brauche ich jetzt hier noch nicht. Ich mache die ja eh mit einem Schlagblatt. Dann bleibe ich lieber ein bisschen auf Death. Sandwurm, ne? Was ist das hier? Wie heißen die eigentlich? 100 Fuß. Kein 1000 Fuß, sondern nur 100 Fuß. Naja. Gruzifix. Was ist das denn? Was macht das? Gruzifix hält Fluch auf. Okay. So, wo muss ich hin? Muss ich einfach wahrscheinlich hier in die Mitte, ne? Weil da oben ist ja nichts. Doch, da ist ein Weg. Aber ich will jetzt mal hier in die Mitte laufen. So, Sandwurm, oder? Okay. Boah, die blöden mich echt ganz schön runter hier. Danach muss ich mich schon wieder heilen. Komm, einer schlägt noch zu, bevor ich darf, oder? Ja, natürlich, war klar. Muss man auch gucken, wen man dann schlägt. Am besten einen, der demnächst schlagen würde. Oh, kritisch hat ein bisschen eine andere Animation. Das ist nett. Und wieder ein Stufenanstieg. Das ist cool. Kriege ich Full-HP, wenn ich die Stufe aufsteige? Nein, natürlich nicht. Okay, meine Potions sind weg. So, hier ist irgendein Weg, ne? Das ist ne Höhle. Ah, ja. Jetzt muss ich mich auch nur durch ne Höhle durchschlagen. Ich hab doch eh keine Potions mehr. Boah. Scheiße, ich sollte noch mal rausgehen. Erstmal die Mini-Piecher hier wegmachen. Mal schauen, was die können. So kleine Karate-Kinder. Die hab ich gar nicht gerne. Das machen gar nix. 100. Mein erster Hunderter. Warum machen die nix? Macht der erst was, wenn die Kleinen weg sind? Wird der stärker, wenn die Kleinen weg sind? Ich hab mir jetzt gar nicht den Namen durchgeguckt, ne? Warum machen die nix? Ist in Ordnung. Das ist ja buggy, oder? Okay. Silberweif gab's hier. Was ist das? Kann das was? Okay, warum kann ich den nicht anziehen? Habe ich die falsche Klasse wahrscheinlich, ne? Okay. Ganz anscheinend nicht anziehen. Ich geh da mal raus speichern. Gut. Ja, beenden wir hier die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Final Fantasy 4. Von der Grafik, von der Story ansprechender als Final Fantasy 3. Aber, ich glaube schwerer. Und Final Fantasy 3 war schon recht schwer, finde ich. Gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye-bye.